Snowball, Snowball zieht ein. Oje, mit Russen sagt Kotzke, mit Russen sagt Kotzke. Was macht man da am besten? Der wackelt schon mit Spaß. Der gute Heer. Snowball. Snowball? Der ist eine Wiese, die Frau sich spürt nicht. Ich fühle mich nicht. Das ist ganz ungewerlich, der Rokko schnuppelt dann nicht gescheit hoch. Der Jäger hat bis jetzt, ich glaube, das ist der größte. Der Jäger hat bis jetzt mit diesem Klierer raus. Rokko ist gerade ganz grün. Diego geht von der anderen Seite, oder aus Morter? Die. Sehr schön, sehr ungewerlich. Rokko, Rokko, kannst du mir bitte weiter da helfen? Rokko, Zeitung. Die. 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 Ups, da ist noch einer. Scheiße, jetzt kann ich den Kopf gehen. Dann mal die Situation ein bisschen spannen. Ist okay? Ich sehe, der hört sich ja wie auf dem Vergriff. Geht die? Wenn mein Auto anstarrt, hört sich das auch nicht. Schaut er sich ja mal die noch. Ja. Wo kommst du zu uns? Dann? Da ist wieder ein Produkt da. Kannst du noch einmal alle gemerkt haben, dass da keiner ein Feind ist hier drin? Ein Tiger, muss wissen. Tiger. Wie ist denn der Riese? Nice. So, das heißt, heute gibt es ein Tierfutter, oder? Das ist gut. Was ist das für? Servus. 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 Ich glaube, er fühlt sich belagert. Jetzt. Ich muss mich beruhigen, dass ich den Körner zickzack kriege. Die leckeren Suppen habe ich da gemacht. Die leckeren Suppen gehe ich nicht mehr da. Deswegen habe ich es ja auch nicht weggebracht, sondern ein Klassik-Geschirr. Kann ich den Körner in den Geschirr reinstehen? Dann machen wir fertig. Was gibt es denn? Fischstäbchen. Fischstäbchen. Fischstäbchen weg. Wir können immer nur saftlose Schüsse auf. Schau zuerst um die Kuh, wo alles passt. Auch wenn er da weiß. Ich bin eh schon unterwegs. Ich liege eh schon. Ich bin eh schon unterwegs. Ich bin eh schon unterwegs. Und ich auch hinten nach. Das magst du wahrscheinlich nur gespürst mit deinem Leben. Das magst du wahrscheinlich nur gespürst mit deinem Leben. Ja genau. Ein komisches Zwar-Turtel-Bäuchchen. Hier. Nämlich. Genau. Ich bin ein Gemächt. Ja. Hier. Ist sicher, ist sicher, zwar verdrückt. Ja. Was weiß ich denn? Was weiß ich denn? Das ist ein Foto. Ich stupse mal. Das ist doppelt so groß wie du. So ist es heute. Was ist mit euch? Er ist schuldig. Er schaut schon, er kriegt. Ja, ja. Er ist traurig. Es ist logisch, dass er sich ein bisschen anders verraten. Ja. Ja. Du weißt es. Wolkenneu ließen. Na wie. Das passt, hier geht's ja. Was meinst du? Ich bin die Böse. Das sind all die üblichen psychologischen Gründe. Das ist hier nicht beim Fußball. Es geht nicht darum, der hier irgendwelche Tore schießt. Und unsere Tochter. Kann es sein, dass... Das ist nicht schnell zu ihnen. Und das ist das Beweis außen vor. Das ist der schnellste Weg. Hallo. 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 Hallo.